Jetzt bekomme ich gerade eine Benachrichtigung, aber die interessiert mich nicht. Doppel-Mittelfinger an den, der mich gerade angeschrieben hat und mich mitten in meinen Verhurten... Okay, okay, kleine Aufklärung, Mann. So, warum regst du dich auf so? Woher sollte er wissen, Mann, dass du gerade ein Video machst, Mann? Soll jeder auf der Welt wissen, was du gerade machst, Mann? Hab mal ein bisschen Empathie, Mann. Okay, Mann, kommen wir zum Thema. Was geht ab, Leute? Ich will es wieder... Äh, was soll das, Mann? Wer ruft mich hier an, Mann? Alter, dein Bild ist so eng. Ey, was wollt ihr, Mann? Ey, lasst sie dir nicht rein, Mann? Kein Problem, so. Aber verpisst euch, so. Kein Interesse, so. Habt Freunden, so. Kein Problem, Mann. Kein Problem, Mann!